Nathalie Geisenberger, eine strahlende Powerfrau. Mit 26 Jahren kann sie sich bereits dreifache Weltmeisterin und dreifache Europameisterin nennen. In Vancouver 2010 hat die Miesbacherin olympisches Bronze gewonnen. Zum Rodeln bin ich gekommen, eigentlich über die Grundschule. Ich war damals so neun ungefähr und da gab es einen Lehrer, der war so engagiert und hat da die Kinder eigentlich mit so einem Schnupperrodeln-Kurs quasi eingeladen und uns dann auf so einen Leihschlitten quasi gelegt, Helm auf und zack runter. So hat es eigentlich angefangen. Als Rennrodlerin sollte man keine Angst vor hohen Geschwindigkeiten und den extremen Bedingungen im Eiskanal haben. Mir macht es einfach unheimlich viel Spaß, auch das Spiel mit den Fliehkräften, also in der Kurve im Überhang zu hängen und den Grenzbereich von mir und auch vom Schlitten auszuprobieren. Die letzten olympischen Winterspiele gehen Nathalie Geisenberger nicht mehr aus dem Kopf. Und das aus gutem Grund. Natürlich, denke ich, sind die olympischen Spiele in Vancouver schwer zu toppen gewesen. Von dem ganzen Drumherum, von dem Flair, natürlich mit der Brausenmedaille, mit dem wahnsinnigen Erfolg dann. Aber auch die Eröffnungsfeier und die Schlussfeier, das sind einfach Erlebnisse. So olympische Spiele, das kann man mit gar nichts anderem vergleichen. Jetzt stehen die Spiele in Sochi an. Und denen rast die Athletin gelassen entgegen. Mein Traum war ne olympische Medaille und die hab ich. Und ja, alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Ob diese Gold glänzen wird, zeigt sich bei den Winterspielen 2014.